Damage. Das heißt, wenn du eine setzt, macht sie drei Sekunden lang Damage. Und dann nach 45 Sekunden setzt du eine zweite, vielleicht an dieselbe Stelle, und dann macht die erste und die zweite machen dann für drei Sekunden so und so viel Shadow Damage. Und mehr kann das Trinket nicht an Damage raushauen auf einmal. Wie behindert ist das denn? Hm, das ist echt ein bisschen gekommen. Ich habe echt das Gefühl, ich lese dieses Trinket falsch.